Salve und ein saftiges Moin Moinen zu euch. Wie ihr seht, erst einmal Entschuldigung, wir waren lange Zeit weg. Wir versuchen das jetzt ein bisschen in den Griff zu kriegen, haben so ein bisschen so Kleinigkeiten gemacht, eine eigene, eine schicke neue Seite gerade zusammen gebastelt, aber irgendwie nicht die Zeit gefunden zum Zocken. Und jetzt habe ich aber gesehen, es gibt von Don't Starve endlich die Erweiterung Reign of Giants. Ich habe Don't Starve schon ewig nicht mehr gespielt, gebe ich zu. Aber ich habe mir gedacht, hier kannst du doch mein Dingeling kurz mal ein bisschen weiterführen. Und genau das machen wir jetzt. Und ohne weiter rumzuschnacken, hier Play. Ich habe hier eben gerade schon mal kurz angefangen, also wirklich nur aufgewacht, zwei, drei Sachen gesammelt, Soundcheck gemacht, funktioniert alles. Und kurz rausgegangen. Und da machen wir jetzt weiter. Ding, 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 ding. Ich bin gespannt, was das für Giganten sind. Ich habe mich da noch nicht näher informiert, gebe ich zu. Ähm. Ich kenne halt nur diese Screenshots, wo er halt diese riesen, diesen riesen Fußabdruck und sowas findet. So, wie wir, wie ihr seht, spielen wir mit Wolfgang. Einfach, weil Wolfgang geil ist. Man muss halt nur ohne Ende Futter finden. Das ist das riesen Problem bei Wolfgang. Aber wenn man es hat, gibt es Andy Backen. Gib mir den ganzen Schisnow hier. Ja, ja. Oh, da sind ganz viele Steine. So, das brauchen wir alles. Also, ich habe mir dieses Level hier zusammengestellt und den so ein bisschen vorteilhaft gemacht. Das heißt, mit, mit, mit Gras und so einem Kram, was man halt viel braucht, oder was ich in der Regel viel brauche, ähm, mir günstig zusammengestellt. Ich habe da schon, keine Ahnung, andauernd irgendwelche ganz komischen neuen Monster gesehen, bei denen ich gar nicht weiß, ob ich wirklich scharf drauf bin, die zu treffen. So, wie ihr seht, lange Tage habe ich auch eingestellt. Wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, dann wisst ihr auch, ich bin hier echt nicht der Beste. Also, um Gottes Willen. Ich kenne mich hier auch kaum aus. Ich habe gerade so herausgefunden, wie man einen Kochtopf einigermaßen bedient, äh, ohne jetzt aber irgendwelche Rezepte zu kennen. Ja, also habt ihr keine, keine, keine großen Erwartungen. Ich werde jetzt erst einmal versuchen, hier rumzudengeln. Und, vielleicht schon die ersten dicken Viecher irgendwo zu sehen. So, das will ich hier alles haben. Tag ist zur Hälfte vorbei. Jetzt kann ich gleich mal anfangen, mir eine Axt zu bauen. Achso, stimmt. So war das ja. Oh, seit wann ist hier so eine Mücke? Bäm, 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 bäm. Mach den kaputt. Mach ihn kaputt. Boah, ich weiß nicht, wie laut das für euch ist, aber für mich ist es gerade tierisch laut. Dabei habe ich die schon echt runtergestellt. Holla. So. Danke. Besser. Besser. Okay, ich mag die Musik. Gib mir den Kram. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, womit ich zuerst anfangen soll. Ich muss mir nachher erstmal einen kleinen Lagerplatz suchen. Da oben. Oh, was ist das da oben? Das ist grau. Ach, das ist so eine Steinecke. Oh, das passt gut. Wollen wir so gleich mal ein bisschen Stein. Was zum Geier ist? Mini Glacier? Ich weiß gar nicht, wie man Gletscher ausspricht. Glacier? Glacier? Glash Glacier? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. The fuck? Kann ich den ab? Tatsächlich. Ja, bin ja mal gespannt, was ich damit machen kann. Her damit, her damit. Her damit, her damit, her damit. Da oben gibt es Gold. Das brauchen wir definitiv auch noch. Oh, Herrschaftszeiten. Ja nun, mach kaputt. Mach es kaputt. Kaputt. Oh, das brauchen wir auch noch. Da sind Golddinger. Die brauchen wir auch. Aber erst mal ihn. No. Gib mir einen neuen. Danke. Und warte. Gold. Dann erst mal Holz. Ich glaube, ich verziehe mich gleich zurück zu diesem Stück. Oh fuck, es wird dunkel. Okay, vielleicht mache ich ja erst einmal ein kleines Lagerfeuer hier. Ein Campfire. Das reicht, oder? Ja, das reicht. Das muss reichen. Ich verziehe mich erst einmal hier. Holz habe ich ein bisschen. Dann kann ich nämlich hier in der Nacht ein bisschen weiter dängeln. Her damit. Gib, gib, gib. Gib, gib, gib. Danke. 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 Her damit. Danke. 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 Ich brauche mehr. Ich bin ein Mensch. Also mir wird das übrigens sehr helfen. Weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich dran denke, da mal ein bisschen nachzugucken. Ähm. Äh. Wie das da jetzt genau sich, so die Änderung, was das jetzt genau heißt. Jetzt mit diesem Eis beispielsweise. Ähm. Und ich spiele dieses Spiel. Oh mein Gott. Ich bin hässlich. Äh. Und ich spiele dieses, dieses Spiel tatsächlich eigentlich ähm. Nur dann, wenn ich auch aufnehme. Also ich spiele das gar nicht nebenbei so richtig. Ich habe das mal kurz nebenbei gespielt. Da hatte ich so eine Phase. Danach habe ich dann aber angefangen aufzunehmen. Weil ich es so geil fand. Glaube ich. Ja. Irgendwie so. Ähm. Ja. Und. Deswegen, wenn ihr da irgendwie sagen könnt. Hier komm, das Eis ist total wichtig. Du kannst damit das und das machen. Und das und das. Sagt mir Bescheid. Ansonsten komme ich ja vielleicht selbst noch drauf. Hallo. Hallo. Ich will noch nichts essen. Ah, ich kann mir eigentlich schon mal schnell was. Nein. Du sollst das kochen. Oh yeah. Alter, meinem Magen geht es echt nicht gut, ne? Ich bin Wolfgang. Ich muss so viel essen. Die gab es vorher schon. Machst du mich kaputt? Oh mein Gott. Nein. 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 Was ist er denn für eine Ratte? Ich könnte schwören. Der hat mich beim letzten Mal, als ich so ein Vieh gesehen habe, da hat er mich nicht so voll angegriffen. Naja, ich kann auf viele Dinge schwören, wenn der Tag lang ist. Gib. 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 Ist er da oben? Ist er da irgendwo? Oh, ernsthaft. Uh, falscher Knopf. Bam, 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 bam. Hast du da ein Ei drin liegen? Oh nein, geht jetzt wieder auf mich los. Was ist er eigentlich für eine kleine, viel zu aggressive Mist-Sau? Hau ab, hau ab, lass mich in Ruhe. Keine Ratte. Verzieht euch alle. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Ich bin hier noch für niemanden eine Gefahr. Noch. Ih, da ist Ekelboden. Kommen da nicht Tentakelviecher raus? Oder sowas? Ekliges. Irgendwie. Jump into wormhole. Das habe ich auch mal gemacht. Man kommt tatsächlich woanders raus, aber man verdient hier übelst Psychokacke. Was ist das hier? Was ist das? 12, 13? 13? Was heißt das? Oh mein Gott. Ich hätte mich echt mal informieren sollen. Doink, 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 doink. Ich muss mir langsam mal ein bisschen Holz suchen. Ich glaube, ich habe definitiv zu wenig davon. Rain, rain, go away. Was zu essen brauche ich auch, siehst du? Oh, hier ist Schisnow. Geil, anziehen. Ja, her damit. Das liegt ja erst rum. Einfach so. Oh Gott, 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 oh Irgendeine Fernkampfwaffe. Boing, 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 boing. Da oben liegt eine Axt. Und Bretter. Oh, geil. Okay, ich will gleich eine Kiste von bauen. Ihr könnt mir mal sagen, wie lange ihr schon überlebt habt in den Spielen. Ich meine, wenn ihr das jetzt anklickt, das ist ein DLC. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr nach einem DLC sucht, weil ihr das Hauptspiel kennt und das Hauptspiel wahrscheinlich gut fandet. Ergo, seid ihr da vielleicht auch schon mal ein bisschen weitergekommen? Ich weiß, ich bin total schlecht. Keine Ahnung, wie lange ich mal überlebt habe. Ich glaube, dass mein Maximum war 20 Tage oder so. Oder 27 Tage. Aber das war wirklich schon echt gut für meine Verhältnisse. Ja, würde mich mal interessieren. Oh, gleich ist neu genommen. What the fuck? What the fuck? Oh my God, oh my God. Ich brauche, bestimmt hilft das, oder? Oder geht das dann aus? Boah, krass. Warum wird denn das auf einmal kalt? Das hatte ich auch noch nicht. Ne, den will ich gar nicht kaputt machen. Huch, da wird das echt kalt. Was mache ich denn das jetzt? Was ist denn da? Was ist das? 64. Ist das Temperatur? Ist das Wasser? Sieht aus wie ein Wassertropfen. Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, ja, ja. Du bist ein kleiner Stinky. Ich weiß. Jo. Komm hier, hau rein. Ja, schön. So. Mich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, Inwiefern das jetzt gerade, warum das gerade kälter geworden ist. Also, Frosty. Wie kann es denn? Ja, wahrscheinlich ist das eher so übertragen. Ah, mich friert's. La, la, la. Äh, es friert aber nicht wirklich. Da, aber. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God, es friert immer weiter zu. Muss ich hier lang? Wo habe ich mit Feuer? 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 Da. Ah, schön. Alter, hauptsächlich kann ich hier nicht mal mehr von meinem blöden Scheißfeuer weg, oder was? Ist ja übel. Mann, oh. Scheiße. Hm. Ich bin da. Sah das gerade so aus, als wenn es da oben schön sandig... Ja, ne? Es sieht so ein bisschen so aus. Oder ist das Stein? Das ist Stein. Wüste sieht so aus. Was mache ich denn jetzt, Leute? Ich bräuchte mal mehr zu essen. Aber hier ist nix. Oh, doch. Da. Oh, geil. Oh Gott. Oh. Das, äh, war, äh, gerade glaube ich, knapp. Ernsthaft? Alter, Vater. Dann gib mir halt ne neue... Ding, 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 ding. Kurz ein bisschen Power, und dann sammeln wir weiter Kram. Kann ich diese Glühwürmchen sammeln? Das würde mich ja mal interessieren. Waterlocked Fireflies. Hm. Da gibt's bestimmt irgendwie so ein Käfernetz oder sowas. Ah, wer weiß, was ich denn da mitmachen kann. Wahrscheinlich können wir irgendwie ne Lampe daraus bauen. Äh, jetzt bist du dunkel. Ich muss dringend... Was zum Geier war das denn? Ja, jetzt verkacken die sich natürlich ja alle. Blöden Bäume. Ich muss mir dringend, ähm, so ein bisschen festeren Wohnsitz basteln. Das wäre wirklich mal ne Idee. Aber das würde ich, wie gesagt, gerne in der Wüste machen. Am besten irgendwo, wo Kanickel sind. Dann kann ich mir so ne kleine Kanickelzucht da irgendwo anlegen. Das wäre echt geil. Äh, 30. Reicht das noch? Ja, ne? Juh. Her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. Oh. Passt schon gar nicht mehr. Hm. Ich kann nur 40 stacken. Hm. Oh, geil. Holz. Holz, 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 Holz. Eine Schaufel. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Ich kann was futtern. Futter ich den hier noch schnell? Oh ja. Wolfgang tritt Ärsche jetzt. Ich meine, für ne Schaufel hab ich jetzt noch nicht hundertprozentig Verwendung, ehrlich gesagt, aber... Haben oder nicht haben. Und Monsieur Strauss da oben brauchst du ja nicht mehr. Offensichtlich. Ding, 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 ding. Ich stehe ja so ein bisschen auf die Mucke, ne? Ich finde das ja ein wenig, äh, toll. Oh nein. Ist es. Ist es. Wolfgang, das ist gerade dein, dein absoluter Glückszeitpunkt. Alles, was wir an Essen finden, kannst du direkt wegnaschen. Einfach, weil wir keinen Platz mehr haben. Piss dich, Vogel. Verpiss dich, Vogel. So. Wet Barrow. Oh mein Gott. Was zum Geier ist das? Oh, geil. Kann ich dich kaputt machen? Oh nein. Das ist ja geil. Das war ein Maulwurf. Ach, wie lustig. Ähm. Äh. Ja, das war, äh, einfach mal ein Maulwurf. Äh, was mach ich denn jetzt? Scheiße. Sch, fuck. Fuck. Friss mal die Bären. Das ist eine ganz blöde Idee, ich weiß. Ich brauch das Essen eigentlich. Aber naja, hier ist zumindest schon mal sowas zu futtern. Ich glaub, ich mach's mir hebegemütlich. Ich hab hier irgendwie Schiss nur um mich herum und irgendwie auch anderen Kram. Da hab ich einen festen Boden. Ich mach das jetzt hier. Was soll der Scheiß? Äh, als allererstes brauch ich eine feste Feuerstelle. Die machen wir hier schön da, wo es vorgefertigt ist. Zack. Boing. Und jetzt können wir uns direkt in den ganzen anderen Kletterradatsch machen. Dafür brauch ich zuerst die Science Machine, die ich mal dahin stehe. Jetzt kann ich schon eine ganze Menge mehr machen. Was ich auch ganz früh brauch, ist das hier. Die ich erfahrungsgemäß immer unter das Feuer stelle. So, und dann kann ich da schon mal Kletterradatsch reinhauen. Wie zum Beispiel, was ich jetzt eh nicht brauche. Melting Ice brauche ich wahrscheinlich. Das brauche ich auch, weil die werde ich gleich einsetzen. Ähm, das brauche ich jetzt noch nicht. Ähm, die Schaufel, die brauche ich jetzt einmal kurz. Weil dann mache ich nämlich direkt hier... Zack. Zack. So. Und baue mir hier unten schon mal den Kram zusammen. Achso. Ich bin ja ein Trottel. Plant. Nicht drop. Scheiße, ich Trottel hätte ich vorher ernten sollen, wa? Äh, egal. Her damit. So, dann packen wir da noch ein bisschen Holz drauf. Wir stecken das wieder. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen könnten. Eine Schaufel, die brauche ich nicht. Was ist das? Ein Hammer. Smashes all kinds of things. Äh, her Waffe. Gab's den Hammer vorher schon? Oh Gott. Weiß ich gar nicht mehr. Ähm. Pretty Paracel. Beutelung vor der Protektion. Aha. Falle. Ja, hier gibt's nix. Hm. Backpack. Mööö. Was kostet der mich? Na, lass ich erst einmal. Basic Farm. Ja, dafür brauche ich Kacke. Dafür müssten wir erst einmal diese komischen Büffel da finden. Äh. Was zum Geier? Electrical do that? Oh, so einen Kram hatte ich zum Beispiel alles noch gar nicht, ne? Okay, das gibt's scheinbar erst im Neuen, dieses... Da. Ice Fling-O-Matic. Saves plants, puts out fires, fueled by flame. Aha. Aha. Rain-O-Meter. Thermal measure. Sowas hatte ich tatsächlich alles noch nie, ne? Oh, ich bin echt ein bisschen schlecht. Es tut mir leid. Ich wünschte, ihr könnt mit einem richtigen Durch-und-Durch-Profi... äh, zu gucken, aber... Gibt's hier nicht. So, ich brauche... Mh... Ich brauche noch eine Kiste, glaub ich. Wo war die nochmal? Da, ne? Genau. Dafür brauche ich drei Bretter. Habe ich noch eins? Nein. Das heißt, ich brauche neue Bretter. Eins. Zwei. Drei. Drei. Jetzt kann ich mir direkt noch so einen da hinsetzen, weil einer reicht nicht. Zack. Und dann müssen wir den schnell da reinhauen. Und dann brauche ich auch ganz schnell so'n Ding. So'n Kochtopf. Crockpot. Genau. Dafür brauche ich Stein und Kohle. Kohle kriegt man relativ schnell. Dafür muss man nur Scheiße abfackeln. Das kann ich gut. Rope. Cutstone. Vampiros. Irgendwie will du denn? Ja, was auch immer. Was ist das? Strawhead. Help you stay cool and dry. Kann mir das helfen? Tophead. Oh, sowas will ich ja gerne haben. Dafür brauche ich nur diese Spinnennetze. Geil. Die Smoky can hoppen. Pitchfork kann ich mir jetzt bauen. Razor. Das sind Schissnohr. Brauche ich doch jetzt gar nicht, oder was? Äh, Backpack. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade? Genau, ich wollte Steine. 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 Eins. Zwei. Drei waren das, ne? Essen. Für Crockpot. Ja. Das heißt, jetzt fackeln wir ein bisschen Scheiße ab. Dafür brauchen wir erst einmal eine Fackel. Welche wir hier mit haben. Und dann brutzeln wir uns irgendwas weg. Das hier. Hallo. Iiii. Brennt weiter. Das reicht nicht. Ja. Boing. Hör damit. Brennen, 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 brennen. Das reicht doch nicht, oder? Ich brauche noch mehr. Warum ist meine Inventagen wieder so voll? Lass mir das erste Mal. Äh, was brauche ich nochmal? Was soll ich? Scheiße, jetzt kann ich nicht gucken. Oh. Das Prinzip einfach mal noch irgendwas abfackeln. Oh, oh, oh. Ich könnte mal irgendwas Dickes abfackeln, oder? So. Danke. Hör damit. Hör damit. Ich weiß echt nicht mehr, wie viel ich davon brauche. Oh. Oh, das wäre cool gewesen, wenn der abgefackelt. Jetzt rennen wir mal schnell zurück. Didi, didi, didi. So. Ich brauche nämlich noch einen mehr. Nehmen wir den. Zack. Boing. Gib, 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 gib. Jo, 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 jo. Äh, äh, da. Was war das? Aus Gewitter, oder? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass da so ein Riesenvieh jetzt irgendwo kommt. So, Crock-Pot, 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 Crock-Pot. Geil, oh. Äh. Warum kann ich den Jungs so da hinstellen? Ich sammle mal kurz den Scheiß hier weg. Vielleicht hat der da irgendwie gestört. Und dann gleich nochmal. Ah, na also. Nehmen wir den Feuer. Schöni. Und dann nehmen wir Davon ein bisschen was. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das was bringt. Ich glaube, Möhren wären besser. Wie spät ist es? Ah, okay. Vielleicht finde ich ja noch schnell eine Möhre. Möhre, 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 Möhre. Möhre, 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 Möhre.